Test. Hallo, hallo, hallo. Willkommen zu einem kleinen Video. Die Streamingzeiten werden sich ändern und letztes Mal gab es so viel Konfusion und hin und her, was ist jetzt neu, was ist nicht neu. Und ich habe jetzt mal ein bisschen was gesagt. Ich dachte, ich mache ein kurzes Video. Das erste Mal, dass ich nicht live ein Video mache und hochlade. Schauen wir mal, wie es läuft. Ich werde die Streamingzeiten ein bisschen ändern und in den nächsten zwei Wochen oder wann wird es auslaufen, rauskommen. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt so eine kleine Tabelle und dann ist es für jeden klar. Und wenn jemand fragt, was sind jetzt die neuen Streamingzeiten, könnt ihr einfach auf das Video verweisen. Momentan haben wir die aktuellen Streamingzeiten. Ich hoffe, das sieht man jetzt alles gut. Ich habe eine kleine Tabelle gemacht. Wir fangen 14 Uhr an. Es geht immer bis 21, fast bis 22, je nachdem. Manchmal haben wir ja Überzeiten. 14 Uhr fängt es jeden Tag an, das ist klar. Ja, sieht man glaube ich gut. Okay, ich hoffe. Am Freitag haben wir einen Horrorabend, der ist immer fest. Fängt zwischen 20 und 21 Uhr an und geht meistens ein bisschen den nächsten Tag rein, haben wir ja mal eine Stunde. Und am Sonntag haben wir einen Storyabend, der meistens auch ein bisschen länger geht, je nachdem, was wir für ein Story-Spiel haben. Samstag ist mein freier Abend, yeah. So, das ist jetzt das Alte. Das Neue, ich baue es mit euch auf, wie es aussieht. Damit wir das zusammenkriegen, generell. Und zwar, was schon viele vorgeschlagen habe, ich nehme einen Samstag frei. Also Samstag wird nicht mehr gestreamt. Nachmittags ist auch recht wenig los. Ich will mehr in den Abend legen, länger ausschlafen, habe ich Zeit am Tag Sachen zu machen und so. Deswegen fangen wir generell jetzt später an. Wir fangen am Abend an. Ich werde es jetzt testweise, weil ich noch nicht so viel umlegen will. Ich will eigentlich dann erst ab 20 Uhr anfangen. Jetzt fangen wir am 19. Uhr schon mal an. Ich mache das Ding, vielleicht wird es später noch 20. Aber wir fangen am 19. Uhr an. Gehen aber dann, die 5 Stunden, was wir hier rausgeschoben haben, schiebe ich dann in die Nacht mit rein. So, das heißt, wir haben hier in der Nacht, was habe ich für Füllung gehabt? Ich glaube, ich glühle in 3. Ja, Horror mache ich dann gleich nochmal. Wir gehen hier bis in die Nacht. Sonntag lassen wir noch übrig, das ist noch extra. Also, unter der Woche fangen wir an 19. Uhr an und machen dann bis 2, 3, nachts. Machen wir das ganze Abendprogramm. Weil Freitag, dann, wie machen wir es da, 19 Uhr, dann gleich Horror, etc. Blblblbl. Ich will den Horrorabend ja auch später anfangen lassen. Fangen wir dann den Stream so klein an, mit irgendwas Kleinem und Ding. Da war ich am überlegen. Wir schneiden den Vorhorrorabend einfach komplett weg. Wir machen den Horrorabend um 21 Uhr an, schön. Circa 21, 20. Mach mal 21, eine schöne Uhr. Und gehen aber bis nachts auch den Horrorabend. Das heißt, wir machen längere Horrorabende. Ähm... Ja, es war die falsche Farbe. So gut habe ich das vorbereitet. Wir machen längere Horrorabende. Ähm... Das ist der Freitag einfach als komplettes Horror-Event. Können wir richtig mal die Horrorspiele durchbrettern. Samstag ist ein Freitag, bin ich dann kaputt vom Freitag. Sonntag habe ich die meisten Probleme gehabt. Ähm... Sonntag war immer, wir fangen mit dem Kaffee an, gemütliche Adventure-Games, das ist kunterbunte Spieletag. Ich will es nicht nur kunterbunte Spiele Nacht machen. Ähm... Deswegen... Wie mache ich das? Ich kann das einfach dann... Ich wollte nicht so viel hin- und herjumpen und rumtun. Etc. Aber Samstag ist eh frei. Sonntag probieren wir mal was ganz Spezielles. Ich schaue mal, entweder wir machen wirklich... Ich fange auch nur so 18, 19 Uhr an, anders kommt mit dem Kaffee nicht so gut. Deswegen... Testweise... Wir fangen in der Früh an. Und... Ähm... Gehen wir es abends. 17 Uhr, da haben wir es. Wir machen einen kunterbunten Spieletag. Wirklich... In der Früh mit Kaffee und Adventures. Auch mehr Zeit für Adventures. Es gibt so viele tolle Adventures, die ich durchspielen will. Ich schreibe es auch mal so rein. Adventures... Oder ist es eher Point & Click? Ich schreibe mal Point & Click rein. Adventures... Ich merke, ich hätte mehr vorbereiten sollen. Aber jetzt gehen wir so... Point & Click. Obwohl, da sollte ich eigentlich Point & Click machen. Ähm... Da haben wir welche. Und die will ich dann mindestens auf 4-5 Stunden geben. Momentan haben wir meistens immer so 2-3 Stunden. Ich will auf jeden Fall mehr Zeit und denken. Und da wir den ganzen Tag dann auch Zeit haben... Blablabla. Ähm... Storyabend wird nach Back to the Future jetzt auch komplett wegfallen. Weil es gibt nicht genügend Storygames und... Äh... Ich mache das dann als extra Events... Etc. Weil wir es dann einbauen. Oder wir spielen einfach mal an einem Tag einfach ein paar Episoden durch. Oder ich kündige es dann an. Normalen Streamen. Oder wir machen es auch am Sonntag und sage ich hier zocke ich ein paar Storygames. Was da ist, neben Sklavenstunde Verlosung bleibt. Wir gehen bis zum Abend. Es kann wahrscheinlich ein Tick länger gehen, weil ich es ein bisschen so gewohnt bin. Und äh... Haben wir einen schönen, guter, bunten Spieletag am Sonntag. Ja. Das wäre der neue Streaming-Zeitplan. Gibt mir ein bisschen mehr Freiheiten. Wir können mehr in die Nacht gehen. Ähm... Eventuell will ich hier noch ein bisschen eben... Weg... Schneiden. Vielleicht. Und noch ein bisschen mehr in die Nacht gehen später. Aber ich wollte nicht zu weit versetzen am Anfang. Äh... Zum Vergleich. Der Alte. Der Neue. Und der Neue. Wir haben mehr Horror. Wir haben mehr Adventures. Und... Viel mehr in der Nacht. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen 1. April. April, April. Bis nachher zum Stream. Tschau.